Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns heute meinen nächsten Werbis-Vermerk an. Falls ihr auch wissen wollt, was in eurem Werbis-Vermerken so drin steht, dann stellt einfach eine vollumfängliche Anfrage gemäß Artikel Datenschutz-Grundverordnung an euer Jobcenter. Das geht super einfach. Ihr müsst einfach nur die Vorlage, die ich euch hier in der Videobeschreibung verlinke, kopieren und pasten und an euer Jobcenter schicken. Einen Monat warten und dann solltet ihr eure Daten bekommen. Falls nicht, dann beschwert euch einfach beim Bundesdatenschutzbeauftragten oder bei Optionskommunen beim Landesdatenschutzbeauftragten. Der macht eurem Jobcenter dann ein bisschen Feuer unterm Hintern und dann bekommt ihr hoffentlich Zeit nach eure Daten. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, meinen nächsten Werbis-Vermerk an. Diesmal geht es um eine E-Mail an mein Jobcenter St. Pauli. Beziehungsweise aufgrund des großen Datenvolumens sind es wohl insgesamt vier E-Mails gewesen, die ich am 4.1.2022 an mein Jobcenter geschickt habe. In dem Betreff dazu steht weitere E-Mails als Anlage zum VBBK-Antrag vom 22.03.2021 mit 20 Bewerbungen in ZIP-Dateien. VBBK sind Vermittlungsbudget-Bewerbungskosten. Das heißt Kosten, damit du deine Bewerbungsbemühungen erstattet bekommst. Wie viel du dafür bekommst, das ist von Jobcenter zu Jobcenter unterschiedlich. Im Jobcenter Hamburg gibt es maximal 500 Euro im Kalenderjahr und zwar pauschal 5 Euro pro schriftlicher Bewerbung und 2 Euro pro E-Mail- oder Online-Bewerbung. Schaut mal bei eurem Jobcenter nach, wie viel es gibt pro Bewerbungen und guckt, ob sich das für euch lohnt, um euren Regelsatz ein bisschen aufzubessern. Den Antrag für die Erstattung von Bewerbungskosten, den musst du auf jeden Fall stellen, bevor du deine Bewerbungen verschickst. Das ist wichtig zu wissen. Den Antrag hatte ich darum schon am 22.03.2021 gestellt. Dann bekommst du von deinem Jobcenter so eine Tabelle, die du ausfüllen sollst und dann, wenn du da deine Bewerbungen eingetragen hast, wieder zurückschickst. Die schauen wir uns jetzt gleich an, meine Tabelle. Wichtig ist auch, wenn du deine Bewerbungen erstatten bekommen willst, musst du dem Jobcenter auch deine Bewerbungen schicken. Das ist vielleicht ein Trade-off. Ich kenne ein paar erfahrene, erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen, die davon abraten bzw. das nicht machen, genau aus demselben Grund. Also die stellen keinen Antrag auf Erstattung der Bewerbungskosten, weil die ihrem Jobcenter ihre Bewerbungen schicken möchten, weil die sagen, das könnte potenziell die Gefahr besteht, dass das Jobcenter dich dann in Bewerbungscoachings steckt, wenn die Einsicht in deine Bewerbungen haben. Das heißt, ihr müsst entscheiden, ob ihr für da Budgeterstattung, ob ihr eure Bewerbungen erstatten lassen wollt oder nicht, genau auf die Gefahr hin, dass ihr dem Jobcenter dann eure Bewerbungen schicken müsst. Ich hatte das, wie gesagt, gemacht und 20 Bewerbungen dahin geschickt und ich musste nicht in den Bewerbungscoaching. Genau, ich hatte auf jeden Fall dann am 4.1.2022 meinen ausgefüllten Antrag geschickt und die entsprechenden Bewerbungen. In meiner ersten Bewerbungswelle hatte ich 20 Bewerbungen geschickt und ich hatte gehofft, damit 40 Euro zu verdienen. Hier können wir uns mal die Tabelle dazu anschauen. Da ganz viele Bewerbungen, die meisten gingen am 4.1.2022 raus, wenn ihr das seht. Auf der zweiten Seite habe ich dann wohl vergessen, das Datum anzutragen. Wenn ihr jetzt denkt, das ist aber viel Aufwand für 40 Euro, war es eigentlich nicht. Es waren ja serienmäßig standardisierte Bewerbungen. Ich glaube, ich hatte da nur bei zwei Stellen eine individuelle Bewerbung geschrieben, aber sonst hatte ich mich bei allen kurz und knapp gehalten mit diesem vielversprechenden Anschreiben. Das seht ihr hier. Sehr geehrte Damen, Herren und nicht-binäre Personen mit Interesse, bla bla bla. Das hatte ich auf jeden Fall geschrieben. Falls euch aufgefallen ist, ich hatte da oben ein falsches Datum verwendet. Das hätte natürlich 3. Januar 2022 heißen müssen. Diesen Formfehler wird mir meine Fachkraft, die damals für mich zuständig war, auf jeden Fall noch gegen mich verwenden. Ich hatte damals Vermittlungsbudget-technisch auf jeden Fall, wie gesagt, viel vor. Ich wollte richtig Cash machen und das gesamte Vermittlungsbudget von 500 Euro, die man im Jahr dafür haben kann, maximal ausschöpfen. Das Video zu meinem genialen Plan, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hey Leute, cool, dass ihr dabei seid bei Hartz 4 for Future. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ein happy Sanktionsmonitorium. Ich habe viel vor in dieses Jahr. Ich habe ja vom Sozialgericht letztes Jahr gelernt, dass ich mein Gewissen zeitweise zurückstellen muss. Ja, das hatten die mir. Falls ihr es wussten und falls ihr euch erinnert, ich wurde sanktioniert, weil ich nicht zu einem Vermittlungsgespräch gegangen bin, weil ich moralisch hier keine Steuern zahlen kann, weil ich Frontex nicht zahle, weil ich diese Verbrechen an den Menschenrechten und dem Völkerrecht nicht mitfinanziere. Aber das Sozialgericht hatte mir gesagt, ich kann mein Gewissen zeitweise zurückstellen. Ein guter Deutscher, eine gute Deutsche können das wohl. Beziehungsweise den Beschluss habe ich bekommen. Das heißt, dieses Jahr werde ich mich natürlich bewerben, bewerben, bewerben. Für jede elektronische Bewerbung gibt es in Hamburg 2 Euro bei einem maximalen Vermittlungsbudget von 500 Euro im Kalenderjahr. In anderen Städten gibt es da weniger. Ich habe gelesen, dass es teilweise nur bis zu 20 Cent, aber in anderen Städten auch bis zu 1 oder 2 Euro pro elektronische Bewerbung gibt. Das heißt, mein Tipp fragt man beim Jobcenter in eurer Stadt nach, wie da die, was ihr da kriegt, um zu gucken, ob das vielleicht für euch eine interessante Option ist. Dann 2021 habe ich da wohl ziemlich viel Geld durch die Lappen gehen lassen, aber ich glaube, ich wäre unseres Kanzlers nicht würdig, wenn ich 2022 nicht zuschlagen würde. Das heißt, ich habe außerdem, denke ich, im Angesicht des fehlenden Inflationsausgleiches... Stimmt, damals gab es ja nur, ich glaube, drei Jahre... Ne, auf jeden Fall, irgendwann gab es ja nur diese 3 Euro Regelsatzerhöhung. Und hat man hier vielleicht die Möglichkeit, Hartz IV aufzustocken und entgegen aller Bemühungen unserer Bundesregierung einen Moment mit der Verfassung zu vereinbaren, das soziokulturelle Existenzminimum aufrechtzuerhalten. So, das heißt, alle Mittel müssen hier genutzt werden und darum habe ich gerechnet, wenn ich mich im Schnitt 20 Mal im Monat elektronisch bewerbe, könnte ich 40 Euro im Monat aus diesem Vermittlungsbudget schöpfen und damit das optimal nutzen. So, ich habe dann die letzten drei Bewerbungen, die ich letztes Jahr geschickt habe, die waren auch nicht ganz umsonst. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, ähm, bla bla, als Antragstellung gilt jede schriftliche, mündliche oder fernmündliche Erklärung, die erkennen lässt, dass Leistungen begehrt werden. Für die Kosten im Rahmen von Bewerbungsaufwendungen, Bewerbungskosten, Fotos, Infodienste besteht eine Besonderheit. Hier gilt die Anstagsstellung so lange, bis eine Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Wegfall der Hilfebedürftigkeit eintritt. Das heißt, ich werde jetzt einfach auch die drei Bewerbungen vom letzten Jahr, ähm, mit aufführen, auch wenn das dann vom Budget aus diesem Jahr wohl abgezogen werden würde, aber dann, ähm, habe ich hier schon mal drei Bewerbungen. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass man diesen Antrag vorher stellt. Ähm, den hatte ich ja am 22.03. oder so 21 gestellt. Ähm, aber das, wann ich wie was gestellt habe, das wird mir diese Fachkraft dann später sowieso noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, dann habe ich, ähm, 17 weitere Stellenangebote online gefunden. Ich habe, ähm, alle möglichen Stellen, habe ich mich für, die habe ich mich beworben, für die man heutzutage als, ähm, umweltaffiner Mensch, ähm, seine Seele verkaufen kann. Und, ähm, zwar vom Aufbau der globalen grünen Wasserwirtschaft bis zur Umwelt- und Klimabilanzierung von privaten Wirtschaftsunternehmen. Ja, diese Umwelt- und Klimabilanzierung, ich muss es kurz sagen, ist ja eh die größte Verarschung, wenn man mal in die Supermärkte geht und dann sind Sachen, da steht drauf, CO2-positiv. Das heißt, dir wird auch noch eingeredet, dass du was kaufst, was da in Plastik verpackt ist und über die halbe Welt verschifft wurde und dass du damit einen positiven Beitrag für die Umwelt leistest. Ja, und das soll man dann machen, wenn man irgendwelchen Umweltscheiß studiert hat, verkauft man seine Seele und schreibt denen ihre Gutsachen, Gutachten, macht denen irgendwelche komischen Bilanzierungen, damit die Rechnungen stimmen. Ähm, nee. Ähm, nicht einmal vor dem internationalen CO2-Zertifizierungshandel bin ich zurückgeschreckt. So, ich hab mich beworben bei Think and To-Do Tanks, bei Zukunftsagenten, die sich überrascht wachsende und renommierte Kundschaft und einen stark wachsenden Markt freuen. Das muss die Greenwashing-Industrie sein, die gerade am Boomen ist. Da hab ich mich wohl überall beworben. So, dann kann man ja auch noch sehen, im Klimawandel, im Kapitalismus gibt es im Klimawandel auch Gewinner. So, und, ähm, Gewinner ist ja auch sowieso unsere Bundesregierung. Die wollte ja als Gewinner aus diesem ganzen Klimawandel-Zeug rausgehen mit der E-Wende und hat gedacht, wow, wir machen jetzt hier nur mal diese ganzen E-Auto-Bullshit. Ähm, das ist doch alles tot. So, damit machen wir doch alles noch viel schlimmer. Auf jeden Fall, ja, die wollten auch als Gewinner aus der Klimakrise rauskriegen. Ey, das muss man sich doch einfach mal vorstellen. So einfach daneben. Wenn man sich anguckt, ist hier eh schon alles, wenn nicht CO2-neutral, dann CO2-positiv und, ähm, so kann man das Problem mit dem Klimawandel natürlich auch lösen. Das heißt, in diesen Stinktanks brauchen die bestimmt noch ein paar kluge Köpfe, die, ähm, kreative Zertifizierungs- und Bilanzierungsmethodiken, ähm, erfinden. So, ähm, da habe ich mich auf jeden Fall beworben als Nachhaltigkeitsberater, Nachhaltigkeitsmanager, CO2-Manager, Klimamanager, Sustainability-Manager, im Großen und Ganzen vor allem als Screenwasher. Für nichts war ich mir zu schade. Ähm, bei der Autobahn habe ich mich beworben. Ich habe gesagt, ich bin interessiert, die Bundesregierung bei der weltweiten Umsetzung ihrer entwicklungspolitischen Ziele zu unterstützen. So, 17 Bewerbungen habe ich auf jeden Fall, ähm, rausgehauen. Der Zeitaufwand, der hielt sich theoretisch, ähm, in Grenzen für diese Stellen, ähm, Gesuche finden. Ich habe ein kurzes und professionelles, ähm, anschreiben, erfasst, verfasst. Mein Lebenslauf, den habe ich, ähm, ein bisschen aktualisiert. Da habe ich eine neue, ähm, Rubrik reingebracht, persönliche Projekte und Weiterentwicklung. Da habe ich dann auch einen Verweis auf, ähm, diesen YouTube-Kanal, ähm, eingefügt. Bewerbungsfoto habe ich keins mitgeschickt. Ich finde, das ist sehr unprofessionell. Und ich habe auch gelesen, dass seitens des Jobcenters, ähm, keine Pflicht besteht, ein Bewerbungsfoto zu schicken. Das stimmt, Bewerbungsfoto müsst ihr gar nicht mitschicken. Ähm, ist eigentlich, ähm, best practice. Kein Bewerbungsfoto mitschicken. Dass ich da diesen Link reingetan habe, ähm, muss ich gleich nochmal gucken. Mal meinen Lebenslauf hier raussuchen. Und, ähm, dann zeige ich den euch vielleicht auch. Falls mein, ähm, meine Integrationsfachkraft das anders sehen sollte, müsste ich wahrscheinlich neue Bewerbungsfotos beantragen. Ich habe zwar welche, aber die sind wirklich alt. Ähm, aber ich habe gelesen, da vier Stunden auch ein Vermittlungsbudget von bis zu 500 Euro pro Kalender ja zur Verfügung. Das heißt, so, da kann man sicherlich, ähm, auch was machen. So, die meisten E-Mails, ähm, das ging dann auch ganz schnell. Die konnte man per E-Mail, ähm, dann einfach abschicken. Das war dann zack, zack, zack. Es gab ein paar Arbeitgeber, die hatten online so eine Eingabemaske. Das fand ich, ist mir negativ ausgefallen. Das dauert viel länger, sich zu bewerben. Ähm, ähm, außerdem finde ich, lässt es auf einen unflexiblen Arbeitgeber und starre Hierarchien schließen. So, denke ich. Dann habe ich, ähm, nachdem ich das alles, ähm, gemacht habe, habe ich diesen Antrag auf Gewährung vom Jobcenter ausgefüllt. Moment, der heißt, Antrag auf Gewährung einer Förderung aus dem Vermittlungsbudget für die Anwarnung einer versicherungspflichtigen Arbeit beziehungsweise einer Ausbildung. Den haben wir uns ja eben angeguckt. Ähm, da gibt man seine Bankverbindung ein und macht ein paar Kreuzchen. Dann, ähm, habe ich hier, ähm, dann muss man die Anlage ausfüllen, wo man in so eine Tabelle einschreibt, ähm, bei welchem Arbeitgeber, welcher Berufsbezeichnung und wann man sich beworben hat. Ähm, diese Kästchen für die Berufsbezeichnung sind sehr klein. Ich habe wirklich probiert, klein und ordentlich zu schreiben, aber das war jetzt, ähm, nicht so einfach. Ähm, dann konnte man hier noch so ein, ähm, Kreuzchen machen. Da steht, ich verzichte auf einen schriftlichen Bescheid, wenn meinem Antrag in vollem Umfang entsprochen wird. Da habe ich lieber Nein angekreuzt, weil ich glaube, vom Jobcenter braucht man lieber immer alles schriftlich. Witzig auch, weil man dann keinen Bescheid bekommt, dann kann man auch gar nicht rechtlich dagegen vorgehen. Ähm, wir werden in einem der nächsten Videos wahrscheinlich sehen, dass mir nicht meine ganzen Vermittlungskosten hier erstattet worden sind. Ich hatte damals wohl einen Bescheid bekommen, war damals aber noch nicht so auf Pfiff, dass ich da rechtlich gegen vorgegangen bin. Ähm, jetzt würde ich das natürlich auf jeden Fall machen. So, das habe ich dann alles, ähm, abfotografiert und Moment, wenn ich jetzt gleich Cent drücke, ähm, da, habe ich jetzt gemacht, habe ich das jetzt alles an mein Jobcenter geschickt. 20 Bewerbungen, Antrag 40 Euro, hoffentlich, ähm, klappt das. Ähm, dann, ähm, Ja, der Arbeitsaufwand, das alles zu dokumentieren und die Nachweise, das war noch mal fast so groß wie die Stelle aussuchen und die ganzen Bewerbungen da vorbereiten, aber typisch Jobcenter, der Verwaltungsaufwand, so, steht in keinem Maßstab. Im Großen und Ganzen war das so ein Tag Arbeit. Ich glaube, wenn da ein bisschen so, ähm, ne, ne, Dynamik drin ist, geht es vielleicht sogar noch schneller. 40 Euro, an einem Tag, ja, ist okay für ein Bürgergeld, würde ich sagen. Dann, ähm, ja, ich schaue für mein Jobcenter, freut sich über meine Initiative. Ähm, ich bin so bemüht, wie es geht, zeitweise mein Gewissen, ähm, auszustellen, so, mal gucken, was aus den Bewerbungen überhaupt wird. Ich habe gehört, es gibt eh viel mehr Arbeitssuchende als Stellen da draußen. Inzwischen gibt es ja angeblich viel mehr Fachkräftemangel als Fachkräfte. Und, ähm, soweit ich weiß, dass Kirche ja gar keine Sanktionen und gar nichts, weil es keine Rechtsfolgenbelehrung gibt und wir seit Januar angeblich auch dieses Sanktionsmoratorium haben. Was ich aber gelesen habe, ist, dass es angeblich, ähm, oder es gibt wohl keine rechtliche Grundlage für einen Anspruch auf das Vermittlungsbudget und dass der Integrationsfachkraft ein Ermessen eingeräumt wird, was sich auf die grundsätzliche Entscheidung zur Förderung als auch auf die Auswahl und Gestaltung der Leistungen bezieht. Aber jede getroffene Entscheidung muss durch die Integrationsfachkraft immer umfassend, individuell und nachvollziehbar begründet werden. Das heißt, ähm, das wird bestimmt spannend. Ähm, drückt mir die Daumen. Ich schalte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, spannend wird es auf jeden Fall, nämlich wir werden herausfinden, im nächsten Video wohl, ob mein Vorhaben so geklappt hat und spannend wird es insofern, als dass meine damals zuständige Fachkraft wohl auch dieses Video, das sie uns gerade angeguckt haben, geschaut hat und dann geschrieben hat, dass aufgrund, dass sie das Video gesehen hat, dass sie glaubt, dass die Bewerbungen nicht für die tatsächliche Anwarnung eines sozialversicherungspflichtigen Verhältnisses geeignet sind. Das hat sie auf jeden Fall so in den Werbis-Vermerk geschrieben, dass sie das glaubt, weil sie mein Video gesehen hat. Ich glaube, langsam wird es dann richtig spannend in meinen Werbis-Vermerken. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid dabei bei meinem nächsten Werbis-Vermerk. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss!